Gigabyte zeigt auf der CW das TinNote M1014. Wie der Name schon sagt, es ist ein besonders dünneres Netbook, nur nicht einmal 1 cm dick. Der untere Korpus mit Bildschirm wahrscheinlich kommt es auf gerade einmal 1 cm hin. Es hat ein 10 Zoll Display mit LED Hintergrundbeleuchtung. Es ist mit einem Intel Atom N270 Prozessor ausgestattet. Die Spezifikationen sind also nichts berauschendes. Das einzige was hier wirklich toll ist, ist einfach das durchwegs gute Design und die kompakte Bauform. Vielen Dank.